Junge, Junge, Junge. Manno! Immer der Gleiche! Nein! Somi, du es nicht nur! Wie darf ich sie begrüßen, Leute? Mann, ey! Och, komm! Mann, ich hör dich fest. Es geschieht dir recht. Weil du halt auch ein bisschen zielen muss, weißt. Mann, ey! Mann, ey! Ach komm, ich hab grad meine Ulti aktiviert. Mann! Deswegen nicht abends, damit du nicht mitspielen kannst. Oh, da ist es! Mann, ey! Oh, Alter, hast du das gesehen? Ja! Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Und mit dabei ist der liebe Sumas. Hallo, Knus! Und wir spielen ein Spiel, was wirklich Nostalgie in uns auslöst. Denn wir sind beide richtige Quake-Zocker gewesen. Und ich hab auch auf meinem Kanal Doom Let's Played. Und wir lieben das Game und freuen uns, es jetzt spielen zu dürfen. Bist auch gehypt. Oh, total! Also, ich hab schon ein bisschen so Flashbacks. Und das Tolle ist, das Spiel ist kostenlos. Unten in der Beschreibung ist verlinkt und ganz wichtig. Und zwar findet am 10.10. Das ist Mittwoch, und zwar morgen, 2018, ein Stream statt. Da spiele ich Craig Champions mit dem lieben Sumi. Und ihr könnt euch das Spiel alle kostenlos runterladen, mitspielen. Und wir werden uns da gegenseitig duellieren. Wenn ihr gewinnt, gibt's nämlich tolle Giveaways für euch. Ich hab nämlich tolle Sachen zugeschickt bekommen, die ich am liebsten selbst behalten würde. Also, ganz wichtig, seid dabei. Wenn ihr's umsonst habt, ladet's runter. Und seid auf jeden Fall Mittwoch dabei. Wir freuen uns auf euch und wollen unbedingt mit euch zocken. Weil wir beide sind nicht so ... Beziehungsweise Sumi ist nicht schlecht in dem Game. Also, das wird schon schwer für euch. Wie gesagt, kostenlos runterladen. Ich hab hier alle Champions. Ich probier ein paar aus. Bin gespannt und auch gerne Sumi abchecken. Und ich würde sagen, los geht's. Ich hab sie, siehst du die? Ja. Die ist hübsch. Bisschen Kampf-Vibe-mäßig. Nein, die ist hübsch. Natürlich. Nein, die hat ein hübsches Gesicht. Wie ne blaue Haare. Ja! Und die, guck mal, die Haare bewegen sich voll gut. Na ja. Muss man schon sagen, also ... Oh, ganz schön viele. Die Apotheke! Geil. Cringe-Fiesta. Guck mal, da bin ich euch das härteste Männchen. Sumi, der Flashback. Sumi, wo bist du, Sumi? Ohohohoho. Simiii! Hey, hey, hey. Simiii! Komm mit! Wo bist du? Haha, komm mit! Sumi, Sumi! Aha! Oh ja, da meine Schildchen. Oh, ich liebe es. Aber wir müssen schnell sein. Oh, okay. Komm, wir gehen da wieder. Komm. Sumi, wo bist du? Du bist einfach irgendwo anders. Oh, fuck. Vor mir ist schon ein Gegner. Ja, Sumi, wo bist du? Ich bin jetzt grad Deathmatch und versuchen, den hier abzuballern. Puh! Ja, ich hab ... Sumi, Sumi, Sumi. Alter, ich geh gerade mega ab, man. Sumi, 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 Sumi. Ich muss mal wieder mehr auf PC spielen, ey. Halleluja. Merke es, ja. Da oben ist einer. Sumi, 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 Sumi. Ich komme, ich komme. Ja, ja, ja. Ist doch jetzt gut, ist doch jetzt gut. Sumi, hilf mir! Sumi, hilf mir! Sumi, hilf mir! Habe ihn, habe ihn, habe ihn. Nein, der ... Yes! Yes! Ohohohoho! Ja, Mann, das macht voll ... Ich vermisse ... Oh Gott, ich habe ein Flashback von früher. Ja. Oh, das macht so Spaß, weil die so zersplitzt. Nein! Was ist los? Ich hatte sechs Kills. Sumi, ich werde dich rächen. Ich habe ihn einge ... Sumi, ich habe ihn ... Ich habe dich gerächt. Sumi, Sumi, Sumi. Genau. Wer ist eigentlich dieser Sumi? Die Apotheke, ich habe die Apotheke. Ah, shit, ich habe fast die Apotheke getötet. Sorry, ich habe ... Ey, das müssen wir unbedingt mit der Community suchen. Ey, das ist mega geil. Total lustig. Oder? Das macht man wirklich ... Oh, ich habe Beef, Beef. Ich habe Chee-Beef getötet. Komm, Sumi, wir machen jetzt ein Kill-Duell. Wer ist besser? Wer hat mehr Kills am Ende? Ja, da verlierst du leider. Halt's Maul. Ich war noch so nett, so leider. Schau mal, du bist wieder im Single von zwei. Hihi. Das war ich. Ich habe die Apotheke getötet. Und ich habe den getötet. Nein, lass sie nicht. Ich habe alle getötet. Apotheke läuft doch hier rum. Ich habe Fiesta getötet. Ich habe ... Ich habe Fiesta getötet. Hey, ich bin voll gut, Mann. Nice. Ja, Mann! Wie? Sumi, hilf mir, Sumi! Mann! Die Apotheke hat sich gerecht verzamelt. Ich habe den Skill noch drauf. Ohne Scheiß. Hier ist noch einer. Sumi! Ah, ich komme. Mann! Kommen wir doch. Nein, du stopfst wieder nur die Kills ab, weil ich den getötet habe. So, Kill-Duell. Wer hat gewonnen? Warte mal. Ich. Schön sein hilft dir nie. Doch. Schau mich an, ich bin der hässlichste in der Runde. Und wie sehen die Kills aus? Doch, da Punkte. Jetzt kommt doch was. Kills? Ich habe zwei Kills. Weißt du, wie viel ich habe? Wie viel? 15. Wow, toll. Davon wird dein **** auch nicht größer. Champion! Nehmen wir Slash. Mal gucken, ob die was für dich ist. Nimm einen Champion. Na, also. Ach Sumi, jetzt sei mal nicht so oberflächlich. Wenn nicht, sage ich mal, fünf Wochen auf dem Oktoberfest war, dann ja. Das ist geil. Boah, ich glaube, das gibt es bestimmt auch noch nicht so. Hey. Oh Mann, Sumi! Oh nein, du wurdest ja voll weg. Hilf mir doch, Mann. Ich helf dir doch. Nein, du machst gar nichts. Du musst auch ein bisschen was alleine machen. Nein, er hat mich nur getötet, weil du mich nicht beschützen konntest. Nein. Doch. Nein, 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 bitte lass mich ihn töten. Oh. Ah. Fuck. Sumi. Sumi, ich habe den Kill gehabt. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Jetzt holst du dir wieder den Kill. Wieso hole ich mir denn jetzt den Kill? Das ist immer so. Ich rette dich die ganze Zeit. Bei allem, ey. Wie Eddie denn jetzt gesagt hat, man killt einen, du kommst und snackst dir den Kill weg. Deswegen hattest du 15 Kills. So ein Scheiß. Nein, das ist überhaupt nicht. Das ist der Grund. Nein, das ist überhaupt nicht. Doch, das machst du immer so. Mach ich nie. Immer. Immer. Wieso sterben die nicht? Toll. Toll. Mann! Die sind schon gut, gell? Ja, die sind viel zu gut. Ich glaubste am Anfang, das waren nur so Bobs. Junge, Junge, Junge. Mann! Immer der gleiche! Du voll. Warst du das? Ja, das warst du. War ziemlich scheiß geil abgeschossen. Juhu, ich hab auch einen Kill. Ich hab einen Kill. Nein, das war ich. Jetzt holst du dir meinen Kill. Den hab ich die ganze Zeit jetzt beschossen. Nein, ich befruchte den. Alter. Gegner befrucht. Ich hab den so runtergeschossen. Hilf mir, Sumi. Ich treff den nicht. Ja, ich hab einen wegrasiert. Jetzt hast du doch einen. Ja, Mann. Ja, ich hab ihn nur gerasiert. Ich hab ihn rassiert. Ja, ich hab wieder einen. Ich hab den, ich hab den Pelle. Oh Mann. Gut. Intellect ist bei mir, kann das sein. Ja, ich hab einen getötet. Ich hab einen getötet. Ich hab einen getötet. Ich hab einen getötet. So gehört sich das. Töte den. Bin schon da. Bin schon da. Ja, ich hab ihn getötet. Ich hab mich gerächt. Warte, warte. Ist es noch einer da? Ja. Noch einer da? Mein stupiden Humor. Mann, die töten mich so schnell. Guck mal, wie ich da lieg, Sumi. Ich biete mich an. Ich hab einen Tanka an. Ja, ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Ich bin Platz X. Platz 6 von 6. Echt? Nee, du schlägst dich ganz gut, finde ich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dafür, dass ich nicht auf PC spiele, muss ich sagen. Ja, ja. Ich sag mal. Edel. Okay. Okay, sie dreht wieder durch. Hier, jetzt. Stopp. Stopp. Ja. Nein. Stopp. Blume ist hier, Blume ist hier. Pass auf, pass auf. Blume. Warum hilfst du mir nicht? Ja, weil ich tot bin. Mann, ey. Kann ich echt auf dich verlassen. Oh, dieser Pudi. Gut. So, hier sehen wir jetzt auch die einzelnen Fertigkeiten. Einmal Gesundheit, einmal Rüstung, einmal Geschwindigkeit. Ich hatte jetzt gerade die liebe Dame hier und die ist im Thema Geschwindigkeit sehr schnell, hat aber wenig Rüstung. Gesundheit ist, glaube ich, fast bei allen gleich, würde ich sagen. Also, die unterscheiden sich hier jetzt wirklich durch Geschwindigkeit und durch die Rüstung. Ich glaube, es gibt keinen, der volle Gesundheit hat. Ne. Aber ich würde sagen, ich probiere mal die hier aus. Die passt zu Halloween. Ja. Ach, lol. Nein. Ich dachte die ganze Zeit, wir sind hier beim Outfit. Der Remis ist gut. Pass auf, der Remis ist gut. Dieser Dinosaurier ist das, gell? Also, ja. Die, die ich jetzt habe, finde ich echt gut. Die hat alles ausgeglichen. Die ist schnell. Die hat die Gerüstung. Sehr gut. Beziehungsweise muss ich mir die Rüstung erst nehmen, damit die dann voll ist. Aber die kann die dann gut ausgleichen. Ich brenne. Und bin tot. Wie der Remis. Der Penis. Ich komme mal zu dir. Ich versuche mal zu dir. Ja. 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 Das ist cool. Yes, Sumi, ich habe einen. Sumi, ich habe einen. Ja, Mann. Sumi, 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 Sumi. Ja, Mann, du bist die Beste. Es wird ein Problem sein. Ein Problem. Wie sie redet. Es wird ein Problem sein. Mann. Das ist nicht dein Problem, mein Freund. Läuft. Oh, ein Schein. Komm, den mache ich jetzt alle. Ach, Mann, ganz knapp. Jetzt spiele ich den Scale. Und der hat... Oh, der ist aber langsam. Ja, mit dem habe ich jetzt die ganze Zeit gespielt. Ja, das heißt nix, du. Der ist... Und meine Spezialfähigkeit stürmt nach vorne und fügt allen getroffenen Gegnern gewaltigen Schaden zu. Ja. Ja. Sumi, hilf mir. Ja, ich versuch. Mann, das bist ja du. Was? Geil. Alle gegeneinander. Nein. Geil. Nice. I hate you. Das ist ja cool. Oh. Alter, hast du das gesehen? Ja. Das war No-Scope, Mann. Sumi, ich habe ihn geno-scoped. Oh. Echt? Ja. Ja. Deine Ulti auf. Ach so. Oh. 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 Oh, komm. Oh, komm. Mann, ich hätte dich fest... Oh. Es geschieht dir recht. Komm her! Weil du halt auch ein bisschen zielen musst, weißt. Mann, ey. Mann, ey. Ach komm, ich habe gerade meine Ulti aktiviert. Mann, deswegen nicht abends, damit du nicht mitspielen kannst. Nein! Oh, da ist es! Mann, ey! Ja. Das ist ein verdammt guter Plan. Gefrackt. Du wurdest gefrackt, muss ich es eigentlich nennen. Ich habe alle gefrackt. Ja, Mann. Boah, du hast mich jetzt gefrackt. Wie töte ich die, wenn ich an denen nah dran bin? Die punchen mich immer weg. Die bomben mich immer weg, wenn ich an denen bin. So, das war's von dem Video. Alle weiteren Champions zeige ich euch dann im Stream. Und Dankeschön, Azumi, fürs Mitspielen. Danke, hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ey, das war so geil. Ich habe mich wieder an früher erinnert. Ich werde mich sehr auf den Stream freuen. Ich hoffe, du auch. Das wird geil. Vor allem in die Community, wie gesagt, kostenlos unten. Auf jeden Fall abchecken. Schaut es euch an und spielt mit. Ich würde mich freuen. Am Mittwoch, am 10.10.2018 um 17 Uhr geht es los. Und gewinnt tolle Dinge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich sage, wie immer, Ade mit E. Waschi! Tschüss! Musik 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 Musik